Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 18. August. Corona sorgt für Einwohnerstagnation in Wiesbaden, Molkerei Schwälbchen dreht sich selbst den Gashahn zu und deutliche Unterschiede beim Benzinpreis. Wo liegen Hessen und Rheinland-Pfalz? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bevölkerungsentwicklung in Wiesbaden, die Mitarbeiter vom Amt für Statistik und Stadtforschung haben diese in Wiesbaden vor und während der Corona-Pandemie analysiert. Erkennbar in der Drei-Jahres-Übersicht ist, dass das Wachstum der Stadt für einen 18-Monate-Zeitraum fast vollständig zum Erliegen kam. Die Phase liegt im Zeitraum seit den ersten harten Corona-Beschränkungen im März 2020 bis in den Herbst 2021 hinein, als viele ihre Zweitimpfung erhalten. Zwischen März und Juli 2020 sank die Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt sogar von 291.237 auf 290.871 Einwohner. Unter dem Strich bleibt für den Corona-Zeitraum zwar noch ein leichtes Wachstum, das ist aber kein Vergleich zum starken Einwohner-Plus, das in Wiesbaden in der ersten Hälfte der 2010er Jahre zu verzeichnen war. Auffälligkeiten zeigt der Blick auf die sogenannte natürliche Bevölkerungsentwicklung, also den Saldo aus Geburten und Sterbefällen. Ob ein direkter Zusammenhang mit der auch andernorts beobachteten, erhöhten Mortalität während der Pandemie besteht, kann aus den Zahlen zwar nicht direkt abgelesen werden, einen Zusammenhang zu unterstellen, liegt angesichts der Entwicklung aber nahe. Im ersten Corona-Jahr starben 55 Menschen mehr, als Neugeborene in Wiesbaden registriert wurden. 2021 lag die Zahl bei 42, ein negativer Saldo. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind auch im Rheingau-Taunus angekommen. Die Molkerei Schwäbchen aus Bad Schwalbach reguliert den Gashahn mit mehr Sparsamkeit. Unter Gashahnabdrehen hat man sich in den vergangenen Monaten eher einen schadenfroh lächelnden Putin vorgestellt, wie er symbolisch ein großes Rad in beide Hände nimmt, sodass durch Nord Stream 1 bloß nichts mehr nach Deutschland gelangt. In Bad Schwalbach dagegen geht das per Knopfdruck und genau das hat Herr der Maschinen, Theo Joost, vor einigen Wochen getan. Schwälbchen kann sich den Luxus leisten, denn die Brenner funktionieren wahlweise mit Gas oder mit Öl. Während sich der Gaspreis seit Jahresbeginn verdreifacht hat, sind es beim Öl nach zwischenzeitlichen Ausschlägen nach oben derzeit nur etwa 20%. Jede Milch, die angeliefert wird, wird bei 75 Grad pasteurisiert, damit alle Keime abgetötet werden, erzählt Schwälbchen-Geschäftsführer Günther Berzlist. Später müssen Joghurt, Buttermilch, grüne Soße, Kaffee-Mischgetränke und Co. natürlich gekühlt werden, damit sie frisch im Supermarkt ankommen. All das braucht viel Energie, 9 Millionen Kilowattstunden Strom waren das laut Berzlist 2021, dazu 16,5 Millionen Kilowattstunden Gas. Zum Vergleich, die gesamte Stadt Bad Schwalbach hatte im selben Jahr laut Energieversorger Süwag einen jährlichen Verbrauch von rund 130 Millionen Kilowattstunden Gas und rund 41 Millionen Kilowattstunden Strom. Während größere Molkereien ohne Gas sofort dicht machen könnten, wie er sagt, habe man selbst eben die Wahl. Obwohl man auf höheren Ölverbrauch freilich auch nicht gerade stolz ist, derzeit lasse man die Ausstattung der Gebäude mit Photovoltaikanlagen prüfen, zudem will man die entstehende Abwärme noch besser nutzen. Ola's Café Welt, seit vier Jahren gibt es den Kaffeeladen bereits in Itstein. Den Geburtstag haben sich die Betreiber aber anders vorgestellt, denn die Zukunft des Ladens ist noch immer ungewiss. Ein Ausschankverbot im Innen- und Außenbereich, das die Gemeinschaft der Eigentümer der Wohnanlage bei einer Versammlung beschlossen hat, ist der Grund für die eingeschränkte Nutzung des Ladens. Bereits den sechsten Monat dürfen die Betreiber ihren Gästen keinen Sitzplatz anbieten. So ist auch Ola's Café Welt betroffen, obwohl es nicht spezifisch sie treffen sollte, so die Hoffnung von Betreiber Harald Ola. Sein Lichtblick, nachdem beide Parteien Anwälte eingeschaltet haben, soll nun bei der nächsten Eigentümerversammlung noch in diesem Jahr erneut abgestimmt werden, ganz konkret über die Ausschanklizenz für seinen Laden. Wir wollen eine bewusste Entscheidung für oder gegen uns, erklärt Ola. Er hoffe auf die Vernunft der Eigentümer und sei positiv gestimmt, wir sind optimistisch, dass sie sich für uns entscheiden. Deutliche Unterschiede beim Benzinpreis, Autofahrer werden vielerorts trotz Tankrabatt weiter kräftig zur Kasse gebeten. Dieselfahrer mussten im bundesweiten Schnitt 1,925 Euro und damit 3,5 Cent pro Liter mehr ausgeben als vor einer Woche. Nahezu unverändert blieb mit 1,708 Euro der Preis für einen Liter Super E10, der lediglich um 0,1 Cent stieg. Neben Bayern und Baden-Württemberg zählten auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zu den teureren Regionen innerhalb Deutschlands. Beim Diesel liegen die Preise in Rheinland-Pfalz im Schnitt derzeit bei 1,956 Euro und in Hessen bei 1,959 Euro je Liter. Das bedeutet im bundesweiten Vergleich Rang 12 und 13. Für Super E10 müssen Autofahrer in Rheinland-Pfalz und Hessen jeweils 1,718 Euro zahlen. Damit liegen sie auf Platz 8 und 9 in Deutschland. Auch das Niedrigwasser im Rhein sei ein Grund für die erhöhten Preise, die besonders die Kunden im Süden betreffen, so der ADAC. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Mai 2022 kletterte der Preis auf den bisherigen Höchststand von 2,064 Euro je Liter Super E10. Anfang 1999 hatte ein Liter Super im Schnitt weniger als 9,70 Cent gekostet. Die Ukraine stellt sich auf russische Raketenangriffe auf die Hauptstadt Kiew zu ihrem Tag der Unabhängigkeit am 24. August ein. Das sagt ein Präsidentenberater, der sich oft zu militärischen Fragen äußert. An der militärischen Lage werde sich dadurch aber nichts ändern, sagt er nach Berichten in Kiew. Er wäre es eine rein emotionale Geste, um mehr Zivilisten zu töten und uns den Feiertag zu verderben. Aber auch die Ukraine habe Mittel, den Russen den Tag zu verderben, sagte Arestowe Psilon Tsch und erinnerte an die Serie von Explosionen auf russischen Militäranlagen auf der Halbinsel Krim. Für sie wird es dort im Falle eines Angriffs viel schlimmer sein als für uns hier, droht er. Die russische Luftwaffe versucht ukrainischen Geheimdienstangaben zufolge, nach den Explosionen Kampfflugzeuge und Hubschrauber auf der Krim in Sicherheit zu bringen. Teils würden die Flugzeuge ins Innere der 2014 annektierten Halbinsel überführt, teils auf russisches Festland abgezogen. Das teilt der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook mit. Beobachtet worden sei die Verlegung von mindestens 24 Flugzeugen und 14 Hubschraubern. Überprüft werden konnten die Angaben aus Kiew nicht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM